Sie als PV-Profi kennen das Problem. Im beruflichen Alltag hat man nicht viel Zeit. Planung, Konfiguration, Bestellung der Komponenten und Installation sind sehr zeitaufwendig. Doch das hat jetzt ein Ende. Mit dem Power-Set von Solar Frontier haben Sie alles, was Sie brauchen, in einer Box. Denn es liefert extra Power durch smarte Turbotechnologie. Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten. Höchste Effizienz und Erträge für Ihre Kunden und weniger Planungs- und Beschaffungsaufwand für Sie. Mit dem integrierten Monitoring können Sie zwei Jahre kostenfrei und jederzeit Online-Ertragsdaten einsehen und den einwandfreien Betrieb sicherstellen. Das Power-Set kann auf jedem Dach ab 15,6 Quadratmetern installiert werden und passt bei jeder Dachausrichtung und Dachneigung. Und Sie bekommen bei Registrierung der Systemanlage 10 Jahre Systemgarantie und eine 25-jährige lineare Leistungsgarantie. Die Power-Sets erhalten Sie am schnellsten in unserem eShop. Hier kann sich jeder PV-Profi ein Benutzerkonto erstellen. Neben Ihren Kontaktdaten brauchen wir nur Ihre Umsatzsteuernummer. Auf der Startseite Ihres Benutzerkontos sehen Sie alle wichtigen Informationen im Überblick. Hier können Sie auch jederzeit Ihre Daten einsehen und bearbeiten. Über Ihrem Benutzerkonto finden Sie eine Auswahl unserer Power-Sets. Wenn Sie ein Power-Set ausgewählt haben, sehen Sie zunächst Informationen zu den Set-Komponenten. Weiter unten können Sie relevante Dokumentation im PDF-Format herunterladen. In unserem eShop können Sie auch schnell und einfach unsere Power-Module bestellen. Die Mindestbestellmenge beträgt 25 Stück. Ihren Warenkorb können Sie jederzeit einsehen. Auf dem Warenkorbsymbol in der oberen rechten Ecke sehen Sie, was Sie bereits ausgewählt haben. Hier können Sie auch jederzeit Bestellungen ändern. Wenn Sie die Bestellung abschließen möchten, dann tragen Sie als erstes Ihre Rechnungsinformationen ein. Falls sich die Versandadresse von Ihrer Rechnungsadresse unterscheidet, müssen Sie das angeben. Erst dann öffnet sich die Rubrik, in der Sie die Adresse eingeben können. Als nächstes können Sie aussuchen, wie schnell Sie Ihr Power-Set benötigen. Jetzt müssen Sie nur noch Ihre Zahlungsweise auswählen, und die Bestellung abschicken. Wir schicken Ihnen sofort eine Auftragsbestätigung. Ihr Power-Set wird Ihnen innerhalb von fünf Werktagen versandkostenfrei geliefert. Mit Express-Versand bekommen Sie es bereits in zwei Tagen. Schnell und einfach. Solar Frontier. Let our power work for you.